Willkommen mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen diese außergewöhnliche Garnitur von Himmola namens Easy Comfort 4702 als Sofa Gruppe mit drei Sitzer fest und zwei Sitzer mit Vollfunktion elektrisch in Leder Longlife Soft, ATH Soft, ein sehr angenehmer Griff hat das Leder, eine tolle Haptik und es ist ein Longlife Leder sehr pflegeleicht. Die Farbe ist Ansichtssache, modisch auf jeden Fall. Der Dreisitzer ist ein reiner Hochlehner. Hier kann ich nichts verstellen, alles fest, aber man sieht schon sehr gut und ich kann natürlich hier aufgrund der Größe wunderbar auch mal lang liegen. Und es ist das zweite Teil zum Zweisitzer, der die Vollfunktion hat. Vollfunktion heißt, hier mit Magnet ist eine Fernbedienung angebracht mit vier verschiedenen Funktionen. Ich fange mal unten an. Hier kommt jetzt der Sitz raus, die Fußstütze, geht ein bisschen Geduld und der Rücken geht nach hinten. Sie brauchen ein bisschen Platz nach hinten, nicht allzu viel, aber der Beschlag schiebt nach hinten. Und jetzt kommt, wunderbar, jetzt kann ich hier fein justieren, bei diesem Knopfpaar, das Fußteil, hier den Rücken und hier den oberen Rücken. Bis ich meine Lieblingsposition gefunden habe. So kann man einen Abend verbringen, ein toller Komfort. Ich sitze hier richtig gut. Mit dieser Taste hier geht dann alles zurück. Ich brauche also nur diese Taste drücken. Jetzt geht der Sitz hoch. Außer das hier, das muss ich jetzt manuell machen. Falscher Knopf. Also die Anzahl der Knöpfe ist natürlich mit acht Stück hoch. Man kann alles individuell einstellen. Es ist nicht ganz so einfach, da muss man sich erst dran gewöhnen. Sehr gut finde ich, dass diese Fernbedienung fest verbunden ist. Das heißt, sie kann nicht abhauen und einen festen Platz hat mit Magnet unter der Lehne. Genauso hier geht das Gleiche. Habe ich die gleichen Funktionen. Ich will jetzt nicht noch mal alles zeigen, aber auch das Fußteil kommt raus und auch das Kopfteil kann ich verstellen. Alles das Gleiche. Diese Garnitur hat den Nachteil, dass sie natürlich Platz braucht, weil sie relativ groß ist. Das Dreisitzer hat ein Maß von 2,18 Meter. Der Zweisitzer 1,56 Meter plus die Ecke ungefähr einen Meter. Müssen Sie dazu rechnen. Der zweite Nachteil ist der hohe Preis. Ich denke, Sie werden hier um die 7000 Euro bezahlen. Mit einem Sofa Vollfunktion, einem Sofa Star. Und der dritte Nachteil, es ist sehr schwer. Das Zweier kann man nur demontiert. Transportieren sind zwei Sitze, die mit den vielen Motoren sehr schwer sind. Aber man kann es demontieren. Das ist der Vorteil. Advertising. Bei Profi-Schnap.de haben wir im Moment diese Garnitur in diesem Leder als Messestück. Das stand auf einer Messe. Zum Sonderpreis von 3333 Euro plus 199 Euro. Versandkosten, frei Wohnzimmer. Profi-Schnap.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas. Hier in Empfingen oder in unserem Online-Shop. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns einkaufen. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.